So, also, damit das jetzt nicht so ein Schrecken bleibt, will ich Ihnen kurz zeigen, wie man solche Leitungen auch entwerfen kann. Relativ einfach, unter Linux finden Sie bei Bildung eben QX. Die müssen da irgendwie das QX auch bei sich irgendwo finden. Das ist ein Quite Universal Circuit Simulator, also ein Schaltungssimulator, der auch, und das können die meisten eben nicht, so wie LTSpice und so, der eben auch mit S-Parameter, also mit linearen HF-Elementen rechnen kann. Was wir später noch mehr nutzen werden. Was wir jetzt einfach machen werden, ist einfach nur mal in das Tools nutzen. Ihr könnt ja noch ein paar andere Sachen ausprobieren. Und dann gibt es hier zum Beispiel die Line Calculation. So, nennt sich hier QX Transcalc, whatever. Und gucken wir uns mal hier die Mikroschreifenleitung an. Das ist das Alleroberste da. Und dann können wir hier die Parameter für die Mikroschreifenleitung wählen. Meinetwegen Epson R von 2,9. Ja, nehmen wir mal hier von 2,2. Kein magnetisches Material. Die Höhe des Platinenmaterials. Das steht hier immer standardmäßig auf Mill. Millimeter ist besser, aber natürlich nicht 10 Millimeter, sondern dann nehmen wir mal 0,6. Beispielsweise die anderen, also die HT, die Höhe und die Dicke der Leitung brauchen wir nicht wirklich. Die Leitfähigkeit lassen wir auf dem Wert, auf dem sie steht. Und hier die Weite und die Länge stellen wir auch nochmal um auf Millimeter. Und jetzt sagen wir mal einfach, das machen wir mal einen Millimeter lang, das Ding. Und dann drücken wir hier auf Analyze. Und dann kriegen Sie raus eine 1 Millimeter dicke Leitung. Hier, also dieses W ist 1 Millimeter. Die Höhe ist ein guter halber Millimeter, also 0,6. Die hat eben 72 oder 73 Ohm. Geht nicht? Auf Tools. Und dann Line Calculation. Oder Control 4 drücken. So, wenn wir 50 Ohm haben wollen, können wir es uns ganz einfach machen. Tippen wir hier 50 Ohm ein und dann machen wir Synthesize. Synthesize. Und dann kommt da raus, dass diese Leitung 1,8 Millimeter breit sein muss. Was ziemlich viel ist. Wir können noch einen kleinen Trick anwenden, wenn wir jetzt auch noch wissen wollen, wie lang so eine Welle da auf dieser Leitung ist. Die müsste ja eigentlich 30 Zentimeter bei einem Gigahertz lang sein. Damit man vergleichert, kann man hier einfach mal 360 Grad eintippen. Und dann machen wir eine Synthese. Und dann guckt man drauf, dass die hier jetzt 21 oder 22 Zentimeter ist die Welle auf der Leitung lang. So, das wäre so der Trick, wie man dann eben auch noch diese Parameter dann auch mit rauskriegt. Das Ganze kann man noch durchspielen hier. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Frequenz erhöhen auf meinetwegen 2 Gigahertz. Und dann analysieren wir, die Breite oder die Impedanz ist etwa die gleiche geblieben. Also das sind 50, auch wenn da 49, irgendwas steht. Und natürlich sind das zwei Wellenlängen, also 720 Grad. Wir können auch mal auf eine noch höhere Frequenz gehen, hier beispielsweise 10. Und dann analysieren wir. Und auch da sind das immer noch 50 Ohm. Also das ist jetzt nicht so, dass da jetzt krass die Impedanz von der Frequenz abhängt, sondern es gibt eine leichte Abhängigkeit der Impedanz von der Frequenz, aber eben keine super krasse. Also schon breitbandig das Ding. Aber hier, gut, da haben wir jetzt natürlich 10,05 Wellenlängen jetzt etwa. Ne, 10,05 Wellenlängen. Also auch da, und das ist ja ein Maß von den Ausbreitungskoeffizienten da, ist die Abhängigkeit von der Frequenz nicht so irre groß. Also abgesehen von den linearen. Ist ja klar, dass die Welle damit skaliert. Ja, das ist so das Material, das ich gerne, also ich irgendeine, was wir hier verwenden, wäre letztlich ein Epson R von 4, weil wir nämlich FR4 verwenden. Dafür steht die 4 ja. Und wenn wir da eine 50 Ohm Leitung bauen mit 360 Grad Länge und das synthetisieren, dann ist die immer noch 1,23 Millimeter breit. So, das ist durchaus ein Wort. Also jetzt so in der Niederfrequenztechnik 1,2 Millimeter breite Leitung würden sie eher selten ziehen. Ich zeige Ihnen aber noch was. Ich habe jetzt hier ein Material genommen. Das hat eine Dicke, also eine Platine, die hat eine Höhe von 0,6 Millimeter. Das ist nicht das Material, das wir hier standardmäßig verwenden. Was wir hier jetzt haben, ist ein schon speziell dünnes. Ich sage Ihnen auch, warum wir dieses Spezielle in der HF-Technik gerne verwenden, weil wenn ich mal das Standardmaterial einsetze mit 1,6 und dieselbe Synthese betreibe, dann sehen Sie, dass natürlich die Welle kürzer geworden ist, aber die ist jetzt nur 17 Zentimeter lang. Aber gleichzeitig ist die notwendige Leiterbreite erheblich größer geworden. Wir haben jetzt die 3,3 Millimeter, die die Leitung breit sein muss und das ist echt ein Oschi. Also das ist richtig groß und das würden Sie eher nicht tun wollen. Aber wenn Sie eine 50 Ohm HF-Leitung bauen wollen, dann müssen Sie es halt so machen. Deswegen nimmt man ein dünneres Material. Deswegen nimmt man ein dünneres Material oder würde man ein dünneres Material nehmen. Sie sehen hier dran, dass die Welle sich im Prinzip ohne Faktor 2 verkürzt hat. Also vorher hat sie eigentlich eine Freiraumwelle bei 1 GHz circa 30 Zentimeter Länge und die hat jetzt 17 Zentimeter. Das ist nicht ganz der Faktor 2, aber in etwa der Faktor 2. Und die Wurzel von dem Epsilon R, das ist ja 4, ist auch 2. Das heißt also, man kann daraus ermessen, dass das meiste, das ist ja auch eine ziemlich breite Leitung, dass die meiste Energie in dem Material geführt wird. Also eigentlich sieht die Welle, die elektromagnetische Welle, das Platinenmaterial und nicht mehr die Luft drumherum. Das ist natürlich auch schön, da weiß man, oben drüber ist wenig. So, was wollte ich noch? Ich kann auch mal das Epsilon R hier noch kleiner machen und synthetisieren. Dann wird die Leitung noch breiter. Das macht man dann eher nicht mehr. Gut, oder nicht gut. Was ist der Sinn der Rede eigentlich? Im Wesentlichen möchte ich Ihnen hier ein Tool vorstellen, wenn Sie nämlich in der HF-Technik irgendwelche Leitungen mal entwerfen müssen oder Leitungen ziehen müssen, dann machen Sie nicht einfach nur einen Strich da im Igel und hoffen, was der da auch die richtige Breite hat, sondern dann rechnen Sie das vorher aus. Und das kann man ganz einfach machen. Da ist das Tool dazu. Das ist eigentlich der Redesinn hier. Und dabei bleibt es ja nicht bestehen, sondern wir können ja hier auch noch eine Kuppler-Nahwelle machen. Dann ändert sich das ganze Bild hier. Nehmen wir mal unser Material wieder. Und Epsilon R gleich 4. 0,6 Dicke. Und stellen wir mal alles auf Millimeter um. So, hier haben wir jetzt natürlich zwei Parameter. Ja, zwei Parameter. Nämlich einmal die Breite des mittleren Schreibens, aber auch den Abstand hier. Und da wir aber nur einen Parameter haben, auf den wir nämlich hier wirklich optimieren können, nämlich beispielsweise das Z0, müssen wir einen Freiheitsgrad festlegen. Also müssen wir uns überlegen, was wir eigentlich jetzt wollen. Wie groß machen wir den Abstand hier? Probieren wir mal aus. Abstand von zwei Millimetern zwischen dem Mittelleiter und den Außenleitern. Und jetzt synthetisieren wir das mal. Und dann kommt Mistabber raus. Also dann haben wir hier jetzt eine Leitung, die ist bei einem Gigahertz 106 Millimeter breit. Das ist irgendwie jetzt nicht so praktikabel. Und das wird nicht besser, natürlich, wenn ich da kleinere nehme, größere Breiten nehme. Nehmen wir mal 0,5. Und dann kommen wir irgendwann mal hier in Bereiche, die zumindest zeichenbar werden. Aber wir müssen dann noch weiter runter. Ja, und selbst wenn wir das mit 0,2 Millimeter fielen, ja, wir können schon noch dünner werden. Also das kann man auch noch dünner fräsen hier. Aber mit 0,2 Millimeter haben wir immer noch 3 Millimeter Innenleiterbreite bei einer Materialhöhe von 0,6 Millimeter. Also ist nicht so schön, weil einfach zu breit. So, abgesehen davon haben wir hier unten natürlich jetzt auch Luft wieder unten drunter. Das heißt also, auch da nach unten hin darf da auch dann kein Material oder kein Metall oder sowas kommen, denn das würde diesen eigentlichen, diesen Kuppler-Nahwellenleiter ja auch zerstören. Wir können hier spaßeshalber auch nochmal auf 1,6 Millimeter gehen und das synthetisieren. Dann sinkt, nicht grammatisch, aber dann sinkt natürlich die Breite des Leiters noch ein bisschen. Wir haben hier mal auf 10 Millimeter, also nehmen wir was richtig dickes. Das ist natürlich nicht praktikabel. Aber auch da sehen Sie, die Breite sinkt ein bisschen, aber eben auch nicht so signifikant, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Also 2 Millimeter ist immer noch eine breite Leitung und daneben dann 0,2 Millimeter Schlitze ist auch nicht gar so schön. Aber wir wissen ja, es gibt den Grounded-Kuppler-Nahwellenleiter. Da können wir auch nochmal reingehen. 4. Soll ich irgendwie langsamer machen, damit Sie irgendwie mitmachen können? Oder bin ich passend schnell oder zu schnell? Geht ja nicht um Tempo hier. So, das wird ein bisschen praktikabler. Was jetzt auch fast zu sehen ist, fast einzusehen ist, denn das ist ja eine Mischung hier zwischen der Mikroschreifenleitung und der anderen. und der Kuppler-Nahwellenleitung. So, jetzt habe ich, ich habe hier jetzt schon einen Abstand von 0,5 Millimeter gelassen, also das ist dann durchaus was, was man sieht und womit man auch arbeiten kann. Und habe hier eine Leiterbreite von 1, also von gutem Millimeter. Kann das natürlich noch kürzer machen. Und wenn ich die noch dichter zusammenbringe, dann sinkt auch da die Leiterbreite unter 1 Millimeter. Also das könnte ich jetzt so oder so anpassen. Das ist die Leitfähigkeit des Kupfermaterials. So, und selbst wenn ich jetzt ganz pauschal mal so 1 Millimeter und 1 Viertel Millimeter 1 Millimeter Dicke 1 Viertel Millimeter Abstand nehme, kriege ich hier in etwa eine 50 Ohmleitung, also 48,5 raus. So, was kann ich damit machen? Kann ich damit irgendwas machen? Machen wir mal einen kurzen Ausflug, einen begrenzt sinnvollen, überhaupt in die Simulation. Und zwar gucken wir uns einfach mal an, ja, was passiert? Ne, fangen wir mal mit einer ganz einfachen Simulation an, ohne erstmal eine Leitung dazwischen zu haben und bauen mal eine ganz einfache HF-Schaltung auf. und zwar nur eine mit einem Widerstand. So, dann haben wir einen Widerstand hier. Dann können wir uns, wir gehen hier auf Komponenten, Lumped Components, und dann suchen wir, brauchen wir nach Quellen, suchen wir uns Sources raus und nehmen wir eine Signalquelle, weil wir ein Signal drauf geben wollen. kann man auch mit STRG-C STRG-V kopieren. So, Sie sehen, die werden nummeriert mit P1 und P2 hier. Sind jetzt nicht verbunden, wir müssen die Signalquellen noch auf Masse legen. Zack und zack und dann müssen wir hier noch mit dem Wire-Tool, hier ziehen wir noch Drähte, einfach an dem Anfang klicken und am Ende klicken, dann ist das verbunden. Ja, und das war es auch schon. So, was haben diese Signalquellen jetzt? Diese Generatoren hier haben, also einmal eine Nummer, Sie haben eine Quelle und einen Innenwiderstand und dieser Innenwiderstand ist hier standardmäßig auf 50 Ohm eingestellt, das sind die meisten. Da ist die meisten, also viele HF-Quellen arbeiten eben auf einem 50 Ohm-Niveau, weil die meisten Leitungen auch auf 50 Ohm eine charakteristische Impedanz von 50 Ohm haben und dann macht man die Generatoren gleich angepasst, 50 Ohm, so, Punkt. Also ist nichts weiter als Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand dran. So, jetzt müssen wir dem noch was sagen, nämlich müssen wir ihm noch sagen, was er hier eigentlich tun soll. Das finden Sie unter Simulations. Wir wollen eine S-Parameter-Simulation haben, ohne dass ich jetzt schon erklärt habe, was S-Parameter sind. Das ist didaktisch vielleicht begrenzt sinnvoll, aber das wird dann demnächst kommen. Ich will jetzt, das ist jetzt im Prinzip so ein Teaser, dass Sie jetzt also mal sich schon mal ein Interesse entwickeln sollen, was denn eigentlich so ein S-Parameter ist. So, und was wir hier jetzt tun, fangen wir bei 0,1, bei 100 MHz an, machen bei 10 MHz Schluss, machen hier 200 und... 100 MHz habe ich gemeint und 100,1 GHz geschrieben, ja. Was das Gleiche ist, aber, ja, ja, Sie impressieren uns aber recht. Na, ist auch egal. So, wir können hier jetzt einen Schritt weiter, weiß ich nicht, von 9,9 MHz machen oder so, oder eine Anzahl von 1000 Schritten, das ist so einfach, das macht der relativ schnell und dann machen wir Ock, speichern das noch ab, weil sonst geht es nicht. Nennen das irgendwie. Und das haben wir ihm gesagt, er soll diese Schaltung hier, also eine 50 Ohm Quelle mit einem 50 Ohm Widerstand in Serie mit einer anderen 50 Ohm Quelle jetzt mal simulieren. Also im Prinzip arbeiten da, aber zeitversetzt nacheinander zwei Quellen gegeneinander. Nämlich einmal wird an dieser Quelle gesendet, ein Signal, über den 50 Ohm Widerstand passiert halt irgendwas und hier auf der anderen Seite wird es empfangen und wird geguckt, wie viel ging durch. Und wie viel wurde hier vielleicht reflektiert, also ging nicht durch. Und dasselbe machen Sie von der anderen Seite auch nochmal, das ist jetzt begrenzt interessant, weil es ist völlig symmetrisch, also die Quelle 1 wird sich genauso verhalten wie die Quelle 2 oder umgekehrt, Quelle 2 wie Quelle 1, weil das ist einfach in sich reziprok und symmetrisch ist. So, wenn wir auf das Zahnrad hier klicken, dann simuliert er was, dann passiert irgendwie schnell irgendwas, keiner hat was gesehen und dann können wir uns hier ein kathesisches Diagramm suchen und dann finden Sie S11. Das da oben, da ist ein Zahnrad. Bei Ihnen nicht? Eventuell sind da zwei Pfeile, wenn der Bildschirm zu klein war, dann müssen wir auf die zwei Pfeile klicken. Und jetzt können wir uns mal was überlegen. Also man sieht das wahrscheinlich begrenzt gut. Sie sehen hier jetzt ein S11 und ein S12. Das ist im Prinzip die Transmission und die Reflexion. Können wir uns mal überlegen, wie groß ist denn hier wohl die Reflexion? Oder muss es sein? Na, welchen Widerstand sieht die Quelle 1? Da muss ich mal... Geht nicht? Warum nicht? Ja, ich mache sofort. Ich muss jetzt gerade mal eine Seite einrichten. Hat das Problem noch jemand? Sie haben sich wahrscheinlich das falsche Platz runtergeladen. Kann schon waren. Ja, Sie haben Kix Studio. Das sollten Sie auch nicht. Das ist auch schön, aber das sollten Sie auch nicht runterladen. Nee, das hat das halt nicht. Okay. Ähm, ja. Bitte? Ja, ich habe keinen anderen Aufruffansch. Aber egal. Wie sind Sie das Passwort? Achso. Gut. Ich zeige dir mal spaßeshalber dieses Bild hier nochmal hin. Denn im Prinzip hatten wir hier 50 Ohm, da 50 Ohm Masse. Und hier haben wir die Quelle auch mit dem Innenwiderstand von 50 Ohm. Und hier an der Stelle haben wir gemessen. Und was wir uns jetzt ausgerechnet haben anzeigen lassen mit dem S11, ist eigentlich nichts weiter als der Reflexionsfaktor hier. Das hatten wir ja vorher schon mal ausgerechnet. Also im Prinzip ist das nochmal Wiederholung, deswegen traue ich mich auch das zu machen. Die Quelle auf der anderen Seite ist einfach ausgeschaltet, in dem Moment, wo wir nur betrachten, was mit der Quelle P1 passiert. Das ist die hier gewesen. So. Ja, was sieht das Ding hier? Wir haben hier, das kann man ja, wenn man reinschaut, sofort sehen, eine Impedanz von Zin gleich 100 Ohm. Das heißt, wir haben einen Reflexionsfaktor, Gamma, gleich, wie war die Reflexionsfaktor, wie war die Formel noch? Zin minus Z0 durch Zin plus Z0, ne? So? Okay, das heißt also, wir sehen hier 100, das heißt, hier oben steht 50, die Einheiten spare ich mir, 50 durch 150 ist gleich ein Drittel, ne? Das heißt, wir müssten eigentlich sehen, dass da ein Drittel da zurückgekommen ist. Und das sehen wir hier auch, das ist ein Drittel. Ich habe jetzt keinen Marker draufgesetzt, kann ich natürlich machen, da, da. So, 0,333 ist sehr schön gerechnet, ne? Also, Reflexionsfaktor der Amplitude von einem Drittel. Und da oben entsprechend, also der Rest der Amplitude geht ja durch, also würde auf der anderen Seite gesehen werden, das haben wir noch nicht behandelt, das ist genau 0,67. Das heißt also, wenn wir jetzt hier nochmal messen würden, im Prinzip, wie groß ist die Amplitude oder die Spannung hier, dann liegt hier nochmal der Spannungsteil davor mit 150 zu 50, ne? Oder 50 zu 150. Gut, so, weiter haben wir nichts simuliert. Das war's. Kann auch Text einfügen, ja. Aber jetzt gerade nicht. So, ich mache mal den 50 Ohm-Widerstand hier raus und gehe jetzt mal, weil wir ja bei Transmission Lines waren, auf die Transmission Lines und bastle mir jetzt hier eine Übertragungsleitung rein. Ich habe leider keine vernünftige Maus da. So, die hat schon 50 Ohm. Was würde ich jetzt erwarten, wenn ich an eine 50 Ohm-Quelle, eine 50 Ohm-Leitung, heranschließe, die dann mit 50 Ohm abgeschlossen wird? Bitte? Sie sagen das Gleiche, Sie sagen? Sie sagen keine Reflexion. Ja, ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Also 100% geht durch, weil das ist ja kein Ohmschallwiderstand, das ist ja bloß eine Leitung mit einer charakteristischen Impedanz. So, und es geht alles da rein und nichts wieder raus. So, das Ganze habe ich jetzt natürlich gemacht mit einer idealen 50 Ohm-Übertragungsleitung. Das ist alles, das ist ideal. So etwas ist ja auch nicht vorhanden, also nicht real existierend vorhanden. Da kann man sich das mal vorstellen. Wir haben eine supergute, teure Coax-Leitung, aber selbst die ist ja nicht so. Wir waren in dem Kapitel Mikroschreifelleitung und so. Dann bauen wir uns doch mal eine richtige. Mikroschreifelleitung. Und zwar, wie wir sie haben. 4 Millimeter, 0,6 Millimeter, 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 50 Ohm, synthetisiert, eine Wellenlänge lang. Super. Und machen wir mal Copy to Clipboard hier. Dann passiert nämlich was ganz Tolles. Ich kann die mal da raus machen. Wenn ich jetzt hier Steuerung V mache, dann kommt genau diese Struktur da rein. Da kommt noch ein bisschen mehr Muschnulligulli dabei rein, den ich eigentlich nicht haben möchte. Ich mache mal eine ganze Menge weg. Also alles, was mich nicht wirklich interessiert, weg. Weil was ich brauchte hier, Ich hätte das alles verwenden können, aber ich möchte es ja in meine bestehende Schaltung einbauen. Was ich brauche, ist eine Definition eines Substrats. Also ich muss ja der Maschine sagen, mit welcher Platine ich arbeite. Das ist dieses komische Ding hier, dieser Kasten. Das kann man sich vorstellen wie zwei Layer Platine. Und ich brauche so ein Stück Leitung. Das ist eben hier genau diese Mikroschreifelleitung. Ein Doppelklick lässt die aufgehen. Und dann können Sie sehen, dass hier verschiedene Parameter, wir gucken uns hier nur die Breite und die Länge an, automatisch eingetragen wurden. Sie sehen, das Modell ist Hammerstadt. Das ist genau die Formel gewesen, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Also diese Formel, die wir eben auf dem Dings hatten und die sich für die Klausur bitte auswendig lernt, die liegt hier dahinter. So, können wir jetzt hier einfügen. Unter Execute finden Sie Copy to Clipboard. Und dann ist es im Clipboard und dann gehen Sie nur noch rüber auf die Schematic und können das da mit STRG V oder einfach nur mit Edit und Einfügen dann da rein fügen. So, und das reflektieren wir, das ist der Erbs. Das kopieren wir jetzt auch rüber und dann sehen Sie, dass diese Leitung jetzt, sie ist glaube ich nur eine Wellenlänge lang, dass diese Leitung da ein bisschen dämpft. Also es geht jetzt nicht mehr 100% durch wie bei der idealen Leitung, sondern es gehen jetzt am Ende nur noch irgendwie 95% oder 94% der Amplitude durch. Das kann man jetzt noch umrechnen auf Leistung und es wird ein bisschen was reflektiert. Weil diese Verluste im Prinzip an dem liegen, was wir eben eigentlich nicht eingestellt haben, nämlich Verluste im Material und Verluste vor allen Dingen im Kupfer. So. Jetzt können wir anfangen zu spielen, können die jetzt mal ein bisschen, was weiß ich, bringen jetzt mal unseren Fertigungsprozess hier ins Spiel und sagen, wir können nur 1,3 Millimeter übel nehmen. Und dann sehen Sie schon, dass da jetzt auch noch komische Dinge passieren. Das heißt also, die Reflektion wird hier irgendwie komisch und die Dämpfung wird ein bisschen größer. Sie sehen so ein bisschen, klappt bei Ihnen? Also dieses QX Studio ist im Prinzip eine Weiterentwicklung davon, aber mit einem etwas anderen, ist auch der gleiche Entwickler, der das damals gestartet hat, das QX Projekt, die haben sich irgendwie getrennt, kann man auf der Seite auch nachlesen. Und der hat da irgendwie eine andere Betonung reingepackt. So, was hier unten mit dieser Welligkeit passiert, das diskutieren wir alles ein bisschen später mal. Wir haben jetzt also im Prinzip eine einfachstmögliche HF-Schaltung da simuliert. Oh, und das ist der andere Sinn der Geschichte hier gewesen, dass Sie so ein bisschen mit dem Simulator da mal warm werden, vielleicht auch selber mal was probieren. Und das, ja, also Spice kann das auch, kann auch mittlerweile Leitungen, auch ich meine das LT-Spice, das hier ja gerne verwendet wird, kann Leitungssimulationen machen, nicht so in dieser rohen Form, wie wir das hier tun. Also bei Spice, das ja im Prinzip wie immer im Zeitbereich arbeitet, ist das ein bisschen schwieriger. Was Sie, also das ist im Prinzip genauso einfach für den Nutzer einzutragen, ist so ein bisschen schwieriger, das zu implementieren in Spice, als es das hier ist. Hier haben Sie einfach S-Parameter und Reflektionen drin und fertig. Aber S-Parameter habe ich noch gar nicht erklärt, das kommt später ist. Gut, so. Steigen wir noch ein in Kopplung. Also sind im Prinzip wieder in der Vorlesung. Oder wollen Sie überhaupt nicht stimmen? Nach fünf Minuten spielen. Können wir auch Vorlesungen machen, ne? So, was passiert, wenn Sie eine Mikrostreifenleitung, zwei Mikrostreifenleitungen nebeneinander packen? Ich hätte eben schon gesagt, es gibt es gibt Feldausdehnungen der einen Mikrostreifenleitung und wenn Sie die jetzt in das Feld der anderen reinpacken, dann kann das oder führt das zu Verkopplungen. So, wie sehen jetzt die Felder von so gekoppelten Mikrostreifenleitungen aus? Das muss man ja als im Prinzip jetzt Dreileitersystem betrachten. Sie haben hier unten einen Leiter, den kann man mit 0 bezeichnen und hier oben Leiter 1. Und Leiter 2 ist aber ein Zweileitungssystem. So, und wenn wir uns das Feld angucken, dann können wir erstmal davon ausgehen, beide hier sind in Phase Plus, Plus hier unten ist Minus. Das heißt, wir reden von der Gleichtaktwelle und da die beiden auf gleichem Potenzial liegen hier, sieht vielleicht das Feld so aus. So, da wird es nichts geben. und hier hinten noch wieder rüber. Ich schreibe das mal. Ups. Gleichtaktakt. Gut, so, dem Ganzen könnte man jetzt eine Gleichtaktimpedanz zuordnen. Also, könnte einfach sagen, wenn ich jetzt hier an irgendeiner Stelle beide Tore mit der gleichen Phase beschicke und die Welle einfach so auf beiden Leitungen gleich parallel dadurch schicke, dann kann ich dem eine Impedanz Z E Z für E für Even also für eine Gleichtaktimpedanz zuordnen. Und auch da gibt es jetzt, was da ja einen kapazitiven Belag gibt, es gibt dazu eine Feldverteilung, es gibt auch einen indutiven Belag, dem kann man jetzt eine Ausbreitungskoeffizienten zuordnen und so weiter. Das heißt, man hat jetzt also hier eine Gleichtaktwelle unterwegs, die all die Parameter auch hat, die andere Wellen auch haben. Es gibt aber auch natürlich die andere Möglichkeit noch, dass man hier meinetwegen den hier auf Plus hat, den auf Minus und den irgendwie auf Ground oder so, also wirklich eine Gegentaktwelle aufbaut und dann sieht beispielsweise das Feld eben so aus, so, ups, den hat man nicht so, so, in etwa so, ne? Also eine völlig andere Feldverteilung, die Feldlinien sehen eigentlich komplett anders aus, hier unten im unteren Bereich vielleicht ganz ähnlich, aber mindestens da laufen die auch gegeneinander und sie gehen, es gibt ja auch Feldchen, die eben von dem einen Leiter auf den anderen gehen und dem kann man jetzt eine Gegentaktimpedanz zuordnen, Gegentaktausbreitung, bla 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 und so weiter, Gegentaktwellenzahl und all das und kommt auf eine andere Impedanz. So, die Kopplung zwischen den Leitern lässt sich mit dem Parameter wie hier angegeben z Quatsch c beschreiben, ohne dass ich das jetzt hier bewiesen habe. Da ist die Differenz der Impedanzen durch die Summe der Impedanzen und die charakteristische der Impedanz dieses gesamten Leitersystems z0 kann man betrachten als die geometrische, das geometrische Mittel zwischen den beiden. So, wie groß ist jetzt die Verkopplung zwischen den beiden? Nun gut, das wird hier jetzt von dem c bestimmt, ze minus ze plus ze plus ze und wenn die jetzt eben dicht aneinander gehen, dann gibt es hier eine große Kopplung. Wie groß ist dieser Faktor c? Das ist ja durchaus eine Frage und wann kriege ich ihn groß und wann kriege ich ihn klein? Also wenn die beiden Impedanzen einen großen Unterschied zueinander haben, dann habe ich es groß, wenn die beiden fast gleich sind, dann macht der Zähler das Ganze zu 0. Wann sind die beiden gleich und wann sind die beiden groß, sind die beiden unterschiedlich? Wenn die Feldverteilungen fast so aus, fast gleich aussehen, vielleicht mit einem anderen Vorzeichen, dann sind die Impedanzen ähnlich und das sind sie genau dann, wenn die weit auseinander sind. Wenn ich die beiden Metallstreifen hier weit auseinander mache, dann sehen die im Prinzip so aus wie einzelne Mikroschreifenleitungen bei der Gleichtaktwelle sowieso, kann man sich das leicht vorstellen, bei der Gegentaktwelle ist nur bei der einen Mikroschreifenleitung ein anderes Vorzeichen dabei. Die Masse bleibt die Masse und einmal gehen die Feld eben vom Leiter nach unten zur Masse und einmal gehen die von der Masse nach oben, also es ist nur der Pfeil andersrum. Aber die Feldverteilungen sehen ähnlich aus, wenn die Streifen weit auseinander sind. Das heißt, weit auseinander, c klein, dicht zusammen, sehen sie dann komplett anders aus, weil nämlich auch genau diese Anteile hier, die hier so quer rüber gegangen sind, dann eine große Rolle spielen und dann ist eben das c hier auch entsprechend groß. So, das kann man hier mal mit einfach dieser Formel da eingeben. Wenn man jetzt die Impedanzen dabei ausrechnet, machen wir gleich mal kurz, dann kriegen sie hier solche Koppelkoeffizienten raus, die je nachdem wie groß der Abstand hier ist, ich habe hier gewählt, ein Parameter muss man auch immer dazu sagen, was hat man hier eigentlich für esoterische Werte genommen. Das ist im Prinzip in der rohen Variante eine relativ einfache 50 Ohmleitung, breite 1 mm Höhe des Materials auch 1 mm, ein YR von 9,7, das ist ein Oluminalsubstrat da, das nimmt man in der HF-Tending ganz gerne, das ist nicht unser FR4, ich rechne es gleich auch nochmal mit FR4. Wenn sie dann da rangehen, dann sehen sie dass beispielsweise bei einem Millimeter Abstand, also Abstand gleich Leiterbreite, haben sie immer noch so einen Koppelkoeffizienten von minus 15 dB, es ist immer noch ein Dreißigstel. Das ist jetzt, kann eine Menge sein, je nachdem, was für Energien oder für unterschiedliche Signale da transportiert werden. Und das fällt doch gar nicht mal so weit ab, wenn sie hier die Fünffache, das ist etwa hier, einen Fünffachen Abstand der beiden Leiter voneinander haben, wie die Leiter breit sind, das ist auch so das Maß, das man etwa annimmt, für so, dann sind sie entkoppelt, dann kommen sie hier auf irgendwas von circa minus 30 dB oder so ein Tausendstel als Koppelfaktor. Sprich also, wenn sie eine Mikroschreifenleitung haben von einem Millimeter Dicke, brauchen sie zu beiden Seiten fünf Millimeter Platz. Genau, da zieht man die Augenbrauen hoch, weil man jetzt merkt, wie groß eine HF-Schaltung wird. Also das ist einfach irre, was das an Platz auf der Platine verbraucht. Nun, man muss sich darüber Gedanken machen, weil stellen Sie sich mal vor, auf der einen Leitung, das ist Ihr Sendesignal, das so mit zwei Watt da unterwegs ist und auf der anderen Leitung wollen Sie es zur gleichen Zeit empfangen, mit Pico Watt. So, da ist schon ein Koppelfaktor von 1000 einfach zu viel. Wenn Sie natürlich auf beiden Leitungen irgendwie ähnliche Signale haben, die sich vielleicht auch gar nicht beeinflussen oder ähnlich schwache Signale haben und es gar nicht drauf ankommt, dann ist das alles relaxed. Aber eben, wenn das eine beispielsweise der Sende-Pfad ist und das andere Empfangs-Pfad, dann ist das ein Problem. So, das können wir auch mit dem Kiox-Trans simulieren. Hier, Coupled Microstrip, da nehmen wir mal wieder 4, H, 0,6, alles andere lassen wir so. Stellen alle schön auf Millimeter um, weil das angenehmer ist. Das hatten wir eben gesagt, 1,2 sind so die 50 Ohm. Machen wir einen Abstand von mal 5 Millimeter von, dann nehmen wir 6, dann ist es genau das Fünffache und dann analysieren wir das mal und dann kommen die beide bei ca. 50 Ohm raus. Das war ja das, was wir erwartet haben und was wir eigentlich auch wollten. Das C ist jetzt nicht ausgerechnet. Das Ganze steht hier als standardmäßig auf 10 GHz. Das ist mir vielleicht ein bisschen viel. Analyse ich das eben noch mal. Dann machen wir uns mal dichter zusammen, machen wir uns mal nur ein W auseinander und analysieren das und dann sehen Sie schon, die Impedanzen laufen auseinander. Hier einmal haben wir 54 Ohm und einmal für die Gegentaktimpedanz haben wir 47 Ohm. Das C berechnet sich entsprechend. Das müssten Sie hier unten nicht finden. Ne, steht doch nicht drin. Man kann das natürlich auch züchten. Sie wissen ja, der Ingenieur kann ja irgendwie aus einem Bug auch ein Feature machen. Natürlich, wenn ich die Leitungen separat haben will, dann ist das ein Bug, wenn die sich verkoppeln. Wenn ich aber genau vielleicht das haben möchte, also vielleicht einen Koppler bauen. Ich möchte irgendwie ein Gerät haben oder ein Bauelement haben, das mir ein Teil, meinetwegen ein Tausendstel der Leistung, irgendwo in einer anderen Fahrt koppelt, damit ich es messen kann. Dann habe ich irgendwie 2 Watt. Die gehen geradeaus an die Antenne und da sollen sie auch hin. Und hier 2 Milliwatt. Das ist schon eine Menge, also vielleicht sogar noch weniger. Aber 2 Milliwatt füge ich ein Tausendstel, gebe ich einen anderen Zweig und messe danach, weil dann kann ich nämlich nachmessen, ob die 2 Watt-WG an der Antenne sind. Also ich könnte mir eine Regelung aufbauen oder zumindest eine Steuerung oder Überwachung aufbauen. So, und wenn ich das machen möchte, dann gehe ich eben mit den Dinger noch dichter aneinander, vielleicht mit 0,2 Millimeter für ein Stück und analysiere das. Und dann sehe ich, dass die Impedanzen noch weiter auseinander laufen. Also ich kann mit so gekoppelten Leitungsstücken noch viel, viel mehr tolle, tolle Sachen machen. Machen wir auch im Filterdesign. Die einfachste Variante ist vielleicht einfach, das zu koppeln. So, jetzt ist es aber nicht so, dass ich einfach die beiden Leiter aneinander machen kann. Und egal wie lang die nebeneinander parallel laufen, wird gleich viel gekoppelt. Ich habe so diesen Koppelfaktor C, den ich eben definiert habe. Aber wie viel von der Leistung gerade wirklich rübergekoppelt wird, das steht noch in den Sternen. Weil kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn das unendlich lang ist, dann sind es einfach Leitungen, die nebeneinander liegen. Ja, aber wenn die halt kurz sind, dann kommt nicht, also wenn ich da einfach nur ein ganz kleines Stückchen Kupferdings daneben mache, von fast keiner Länge, dann kommt deswegen nicht da Leistung gleich rüber. Dann passiert gleich gar nichts. Also den Grenzfall kann man sich auch immer vorstellen. Also muss ich mir noch überlegen, welche Länge da eigentlich eine Rolle spielt. Aber das mache ich dann, wenn ich den Koppler wirklich designe. Ist das jetzt didaktisch clever? Hm, weiß nicht. Ne, mache ich dann. So, wir sind ja noch im Fall Bug. Also noch ist die Koppelung eigentlich für uns ein Bug und noch kein Feature. Könnt ihr mir so eine Streifenleitung überlegen. Das ist im Prinzip eine vergrabene Mikroschreifenleitung. Oder wenn Sie so wollen, auch die Koaxleitung nur etwas anders auseinander gebogen und geschnitten. Warum ist das gut? Oder was ist daran gut? Das nimmt man auch ganz gerne. Erst einmal ist es jetzt eine TEM. weil nämlich ein homogenes Material vorliegt. Ich kann das Feld hier leicht zeichnen. Das ist schön symmetrisch sogar. So, und Sie sehen schon, wie ich es gezeichnet habe. Das Feld ist auch wesentlich weniger ausgedehnt. Als ich die Mikroschreifenleitung gezeichnet habe, musste ich so große Bögen machen, die also dann wirklich dann von der Leitung irgendwo im großen Bogen nach unten gingen. Das brauche ich hier jetzt nicht, sondern die Leitungen, die Feldlinien werden, auf relativ kurzem Wege hier an der Masse terminiert. So, damit ist das Feld hier besser konzentriert. Aber ich brauche natürlich drei Layers. Oberen Layer, Mitte, unten. Und ich habe so meine Schwierigkeiten, hier in dem Mittellayer da irgendwelche Bauteile einzulöten. Weil die müsste ich ja in die Platine löten. Man kann zwar mittlerweile auch Widerstände oder sogar Chips oder sowas in der Platine vergraben. Das geht sicherlich. Aber das hat jetzt hier, es macht es nicht einfacher. So, wenn ich es von Hand machen will, so wie wir das hier im Labor tun, dann müsste ich es von oben auflöten und in der Platine kann ich eben einfach nicht löten. So. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass die Feldlinien relativ kurzfristig terminiert werden, kann ich hier, sind die Felder auch besser zusammen. Das heißt also, ich habe auch weniger Kopplung. Wenn ich jetzt noch hier zum Beispiel ein paar Vias reinnagel, da und da, also irgendwelche Kurzschlüsse, dann habe ich bis auf die Tatsache, dass ich hier eventuell mir einen Rechteckholeiter geschaffen habe, der ab einer gewissen Frequenz auch anfängt als solcher zu agieren, als Rechteckholeiter zu agieren, habe ich mir jetzt da eine relativ gute Leitung mit guter Abschirmung nach außen geschaffen. So, wenn die gekoppelt sind, gibt es natürlich zwei Varianten, wie ich die zusammenpacken kann. Also entweder ich mache die so schön breitseitig nebeneinander oder ich lege die übereinander, je nachdem, was ich machen will. Sie können sich überlegen, die Kopplung ist hier natürlich etwas stärker, weil auf der rechten Seite etwas stärker, weil natürlich hier da Feldlinien bei der Gegentaktmode hier ganz dicht terminiert werden können, von dem einen Leiter auf den anderen Leiter. Das hätte ich vielleicht in blau machen sollen, weil das eben auch Gegentakt war. So, ich brauche noch einen Layer mehr, bla bla bla. Naja, und wenn ich mir die jetzt nebeneinander lege, dann kann ich hier verschiedene Kopplungen mir hier angucken und es passiert eigentlich genau das, was ich vielleicht auch erwarten würde. Ich habe hier einmal die Mikroschreifenleitung hier. Das sind diese beiden in der Mitte. Also nochmal zur Wiederholung, also das da und das hier. Wenn ich die Schreifenleitung jetzt nebeneinander lege, sind die relativ gut entkoppelt. Das ist dieses Stückchen hier. Warum sind die gut entkoppelt? Weil die Feldlinien natürlich relativ schnell zur Masse terminieren und nicht auf dem anderen Leiter terminieren. Also diese breiten, weit ausgedehnten Felder wie bei der Mikroschreifenleitung gibt es hier eben einfach nicht. So, und dann gibt es noch den Effekt hier mit der breitseitengekoppelten Leitung. Das sind die beiden hier. Und die hier oben anfangen. Naja, wenn die beiden sehr dicht aufeinander liegen, das ist ja hier der Fall, da. So, dann sind die natürlich auch stark miteinander verkoppelt. Also dann terminieren natürlich auch viele Feldlinien von der oberen auf der unteren Leitung in der Gegentaktbode. Während wenn ich die hier unten habe, naja, dann habe ich ja die Struktur, wenn ich mir das jetzt hier da an dieser Stelle beispielsweise mal raus gucke, dann habe ich hier Masse, Masse und jetzt habe ich den einen Leiter ganz dicht an der Masse und den anderen ganz dicht an der Masse. Das heißt, die Feldlinien terminieren im Wesentlichen auf der Masse und nicht auf der anderen Leitung. Und damit sind die relativ gut, sehr weit entkoppelt. Das heißt also, mit so einer Struktur, wenn ich sie denn nutzen möchte, könnte ich mir die Kopplung sehr gut einstellen, von sehr stark gekoppelt im oberen Bereich hier zu sehr schwach und sehr gut entkoppelt im unteren Bereich. Also habt ihr einfach in der Struktur Möglichkeiten, wobei das auch sehr begrenzt ist, denn da muss ich ja auch da die Platine entsprechend, das Platinenmaterial in den Layern entsprechend anpassen. Und das kann ich ja nicht in einzelnen Bereichen der Platine mal so, mal so machen, sondern da muss ich ja den Platinenhersteller schon sagen, die Schicht und den Layer und jenen Layer und so weiter. Also das ist auch technologisch sehr aufwendig. Während bei der Coplanar-Gekoppelten, die ich hier auf der linken Seite habe, da sind es nach wie vor die drei Layer, die ich da nutze und dann sind die eben einfach dichter zusammen oder weiter auseinander. Und das bleibt dann eben auf der ganzen Struktur, auf der ganzen Platine auch so. So, PCB-Testing, ich mache es mal relativ sch... Habe ich ausgelassen. Gut. Weiß ich nicht, warum die Überschrift überhaupt drin ist. Da habe ich nie richtig ausgeschaltet beim Produzieren der Slides. Ja gut, dann sagen wir doch nichts zu. Macht auch keinen Sinn, das jetzt blind zu machen. So, jetzt kommen wir zu den S-Parametern. Den kleinen Teaser habe ich ja schon gebracht. Also Sie sollten jetzt eigentlich voller Spannung erwarten, was S-Parameter vielleicht sind und wie sie einem helfen können. Ist nicht so? Doch, ist so, ne? Es ist... Bitte? Also ja, das ist... Das ist richtig. Also diese ganzen... Halb. Jetzt gleich oder... Ja. Nach dem Meter essen. Ich habe keine guten Nachrichten. Ich habe keine guten Nachrichten. Ja, ja, okay. Na gut, so. Jetzt hat er mich natürlich... Das war auch ein Teaser. Ich hoffe, das war jetzt kein falscher Ausdruck für das, was da kommt. Okay, also Sie haben vollkommen recht. Diese ganzen Vierpolparameter hängen natürlich zusammen. Also Z, Y, H, S. Es lässt sich auch der eine in gewissen Grenzen, manchmal existieren welche nicht, lässt sich auch der eine Parametersatz in den anderen umrechnen. In den meisten Fällen, nicht in allen. Es gibt auch pathologische Fälle, wo diese Gleichungen oder die Matrizen da bekanntermaßen auseinanderfliegen. So. Wir arbeiten trotzdem mit den S-Parametern. Und zwar, weil die eine ganz wunderbare Anschauung haben. Also ich habe mich immer schwer getan, schon mit Z-Parametern. Bei einem Tor konnte ich es noch verstehen, bei zwei Toren habe ich mich schon schwer getan. Y-Parameter macht es nicht einfacher gemacht. Und H-Parameter war für mich irgendwie Schluss. Also auch da konnte ich den einen oder anderen mal zuordnen, was denn da ist, die Spannungs- und Stromverstärkung und so weiter ist, aber nicht richtig, ja, also nicht das Gefühl fehlte mehr. Bei S-Parameter ist das meiner Meinung nach anders. Da kann ich nämlich die Parameter eindeutig einer physikalischen Beobachtung auch zuordnen. Und das ist das Schöne daran. So. Fangen wir doch mal an, was welches Problem die HF-Techniker immer hatten oder was welches Problem wir eigentlich mit den Z- und Y-Parametern haben. So. Man kann das alles, und diese Simulatoren machen das auch, die rechnen auch in Y- und Z-Parametern, auch in der HF-Schaltung. Aber wir haben Probleme. Sie müssen nämlich, wenn Sie irgendwelche Z- oder Impedanzen oder Admittanzen oder sowas rechnen wollen, dann müssen Sie unter Umständen in der Messung irgendwelche Kurzschlüsse oder Leerläufe realisieren können. So in der Anschauung mindestens. Und das wird einfach schwierig, so ab 100 Megahertz. Wir haben eben das diskutiert, da ist der Leerlauf vielleicht nicht unbedingt mehr der Leerlauf, sondern die Leitung wird elektrisch noch ein Stückchen länger. Da ist der Kurzschluss nicht unbedingt mehr ein Kurzschluss, sondern Induktivität. Das ist einfach schwer zu realisieren. Die Transistoren, wenn Sie mit denen arbeiten wollen, reagieren auf Kurzschlüsse auch nicht so unbedingt sympathisch. Also die nehmen das vielleicht sogar übel, weil nämlich da bei einem Kurzschluss die Leistung vollkommen reflektiert wird. Beim Leerlauf übrigens genauso. Und dann einfach der Transistor sagt, ist schön, ich gehe jetzt kaputt. Und deswegen ist das in der HF-Technik etwas schwierig, da wirklich mit so einem Kurzschluss oder einem Leerlauf zu arbeiten. Und vielleicht fangen die Transistorien auch einfach an, wenn sie die falsche Impedanz sehen, also leer oder unendlich, an zu oszillieren. Also machen auch nicht mehr das, was sie sollen, verstärken einfach nicht mehr. Das macht es schwierig. Und ich müsste dann auch Spannungen und Ströme messen. Und das haben wir auch eingangs schon diskutiert. Spannungen und Ströme messen ist auch so eine Sache. Das muss ich nämlich hochohmig oder ganz niederohmig machen. Beides ist schwierig herzustellen. Beides ist schwierig, weil dann sehr wenig Energie in irgendetwas reinläuft, also in das Messgerät reinläuft. Was ich aber in der HF-Technik brauche, geht nicht so einfach. Also muss ich irgendwie versuchen, mit Leistungen zu arbeiten, weil es auch einfach viel einfacher ist. Und da helfen uns die S-Parameter. und frage nicht wie. So, jetzt könnte ich irgendeiner Spannung auf irgendeiner Leitung ja zwei Wellen zuordnen, nämlich einmal eine hinlaufen, eine rücklaufen. Das ist, glaube ich, bekannt aus anderen Semestern schon. Dasselbe kann ich für den Strom machen. Fertig. Kann also jede, an jedem Ort einer Leitung U von Z und I von Z als Kombination eben darstellen. Einer hinlaufen, eine rücklaufende Welle, einmal möchte ich das ein Plus und Minus, einmal mit H und R. Das ist nicht so clever gewesen. Na gut. So, und das könnte ich jetzt etwas praktischer vielleicht so machen, indem ich mir zwei, ne, die mir sowieso nicht, aber zwei Amplituden suche. Und zwar einmal hier ein A und ein B. Entscheidend ist, dass das eine hinlaufend ist, das andere rücklaufend. Hier steht nämlich kein Minus, sondern stünde ein Plus. Also die beiden unterscheiden sich in der Richtung und natürlich hier auch in dem Koeffizienten da vorne. Okay, wie komme ich jetzt wieder auf Spannung und Strom? Ich meine, einführen kann ich ja immer irgendwas. Ich mache das jetzt irgendeinen Sinn und komme ich auf das, was ich schon vorher erkannte. Ja, auch das kriege ich hin. Ich kann jetzt also meine Spannung dadurch wieder generieren, indem, ich habe mir hier eine willkürliche Normierung ausgesucht mit dem Wurzel Z, indem ich beispielsweise einmal A plus B mache und einmal A minus B mache und dann kommt einmal die Spannung an der einer Stelle raus und einmal der Strom an einer Stelle raus. So, dieses Wurzel Z ist die Normierung da drin, ist jetzt erstmal so ein bisschen schwierig und macht hoffentlich Magengrimmen, dass ich mit dem Wurzel oben jetzt arbeiten möchte, aber ich tue es einfach mal. Das macht deswegen Sinn, weil ich hinterher nämlich auf eine Einheit komme, die ich quadrieren muss und dann Leistung rauskriege. So, ich kann, im Prinzip ist hier eine Matrix aufgebaut, ich kann die invertieren und dann komme ich hier auf A von Z und B von Z und kann also aus den Spannungen und Strömen diese A und B Parameter mir ausdenken. Und auch wieder umgekehrt, okay, und da sehen Sie schon, was die Einheit nämlich ist. Wenn ich hier die Einheit von A mir angucke, dann ist das ja Volt pro Wurzel oben und wenn ich mir jetzt hier die Einheit von A Quadrat angucke, dann ist das Volt Quadrat pro Ohm und das ist gleich Watt. So, das heißt also, ich habe eine ziemlich enge Verbindung zur Leistung, was erstmal schön ist. Wobei diese Normierung, die mit dem Wurzel Z, die ich da gemacht habe, man muss das nicht so machen, es ist eine sehr angenehme. Wir werden auch selten wirklich mit den Parametern als solchen arbeiten, sondern meist nur mit irgendwelchen Verhältnissen von diesen Parametern. Da spielt dann die Einheit eh keine Rolle mehr. Also wenn ich jetzt A durch B teile, dann ist die Einheit von A durch B eben die Volt und Wurzel oben haben sich rausgekürzt. Und dann ist es eine Eins. Also haben wir den Stress beim Rechnen eigentlich gar nicht wirklich. Wir haben jetzt nur vielleicht erstmal das Magengrimm, dass uns die Einheit nicht so richtig passt. Okay, so, wie können wir uns das jetzt vorstellen? Und das ist jetzt eigentlich die coole Geschichte daran. Wir haben jetzt hier unseren Vierpol oder Zweitor. Wie immer wir das sehen wollen, also die Angelsachsen sagen R2-Port, also Zweitor. Das ist eher so der englische Begriff. Und die Deutschen gucken immer an die Pole. Also die würden das R4-Pol nennen. Okay, so, und wenn ich mir jetzt angucke, was passiert denn hier? Ich schicke hier eine Welle rein. So, das ist das A1. Was passiert mit dieser Welle? Naja, diese Welle wird jetzt irgendwie reflektiert hier. Und sie geht irgendwie durch. Das heißt, hier hätte ich jetzt ein, ich nehme auch mal gleich, was es hier beschreibt. Hier zurücklaufen würde jetzt ein B1. Und dieses B1 speist sich jetzt natürlich aus, einem A1, das mit S11, das ist der S-Parameter, modifiziert wurde. Also ich habe genau das Ding hier aufgeführt. S11 mal A1 und das macht dann einen Teil von B1 aus. Ein anderer Teil, ich habe ja viele Farben hier, ist ja schön, geht einfach durch. Das wäre das hier. Auch da ist A1 der Treiber. Aber es kommt noch was dazu. Das ist modifiziert worden mit S21. Das ist genau der da, das heißt, es ist dieser Teil hier. Und das ist ein Anteil von B2, also speist dann letztlich das B2. So, dasselbe kann ich auf der Rückseite sehen. Meinetwegen schicke ich auch hier ein A2, das ist das zweite Tor, rein. Da wird was reflektiert. Daraus wird ein B2. Und das, was da reflektiert wurde, ist natürlich, hängt ab von A2, und zwar durch S22. Das ist das hier. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Ne, da kommt nichts mehr hinzu. Die beiden Dinge zusammen machen jetzt, also der rote und der orange zusammen, machen das B2 aus. Was jetzt noch hinzu kommt, ist in Himmelblau meinetwegen ein Teil der Leistung, der von rechts nach links geht, also das A2 führt dazu, und das geht hier S12, A2 darüber, das ist genau der Anteil. So, die Vorstellung ist relativ einfach. Ich stelle mir einfach vor, da sind irgendwelche Leistungswellen, die da durchgehen oder reflektiert werden und sich dann aufaddieren. Ich kann dem, und damit habe ich auch fast eine Messvorschrift schon, auch ganz eindeutige physikalische Bedeutungen zuordnen. Und zwar dem S11 kann ich ganz klar die Bedeutung zuordnen. Das ist das Verhältnis von B1 zu A1. Wenn ich mir die Gleichung hier angucke, ist das relativ offensichtlich. Also B1 zu A1 wird dann gleich zu S11, wenn A2 nicht da ist. Das Voraussetzungen, weil ansonsten kann ich nicht einfach da die Gleichung oben, die obere Zeile da dividieren. So, A2 nicht da heißt aber nicht nur, ich habe keinen Generator auf der rechten Seite, sondern das heißt auch, da gibt es hier an dem Ende, was ich jetzt mal in lila mache, hier keine Reflexion. Also wenn ich hier jetzt, wenn es mir passieren würde, dass ich A1 auf die linken Seite reingebe, dann geht das hier irgendwie durch, und auf der rechten Seite wird daraus B2, und dann wird es reflektiert und kommt zurück, dann habe ich ja ein A2. Das darf ich aber nicht haben, sondern ich muss dafür sorgen, für den Versuch, den ich da jetzt eben auf der anderen Seite machen möchte, dass das Gamma gleich 0 an dieser Stelle ist. So kann ich aber erreichen, ich mache da einfach 50 oben dran. Fertig. Ich mache das hier mal wieder. Das funktioniert ja sogar. Wieder weg. Die selben Spaß kann ich aus der anderen Richtung machen. Also ich vertausche einfach 1 und 2 miteinander. Und dann ist S22 die Ausgangsreflexion für angepassten Eingang. Also sprich, ich schicke ein A2 irgendwie rein und gucke, was an B2 dann zurückkommt, unter der Voraussetzung, dass von links nichts reingekommen ist, also die linke Seite auch reflektionsfrei abgeschlossen war. Nicht nur kein Generator dran, sondern auch reflektionsfrei abgeschlossen. Ja, jetzt kann ich mich um die Transmission kümmern. Also ich gucke mir einfach an, wie viel B2 kommt aus A1 raus. Also auf der linken Seite gebe ich einen Generator drauf und gucke an, was an B2 rauskommt. Das ist genau der Faktor S21. und muss auch da dafür sorgen, dass kein A2 da war, also reflektionsfrei abgeschlossen. Und dasselbe kann ich wieder machen, indem ich all die Koeffizienten, die Indizes 1 und 2 vertausche. Und dann kommt eben das andere raus. So, das ist auch schon, wie gesagt, eine Vorschriftsvermessung. Hier unten eine physikalische Interpretation. Läuft eben auf den Netzwerkanalysator, den wir im Labor im Detail kennenlernen werden, wo ich eben genau das tue. Also hier habe ich ihn jetzt erstmal nur für eine Richtung hingeschrieben. Ich habe hier einen Generator mit einer Impedanz von Z. Das ist typischerweise Z gleich 50 Ohm. Das ist nicht zwingend. Also es gibt auch andere Impedanz als 50 Ohm, aber das, was wir hier haben, hat 50 Ohm. Hier an der Stelle mache ich einen reflektionsfreien Abschluss. Das heißt auch 50 Ohm hier dran. Und zwar deswegen reflektionsfrei, weil ich mir vorstellen kann, dass da an jeder Stelle irgendwie so eine kleine 50 Ohm Leitung ist. Ob die jetzt wirklich da ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber ich stelle mir einfach vor, ich bin auf einem 50 Ohm Niveau und habe an jeder Stelle so eine 50 Ohm Leitung. So, jetzt habe ich hier mein Device an der Test. Und an der Stelle habe ich jetzt zwei oder eigentlich vier Messkoppler. Das sind die hier. Wie auch immer, die im Detail aufgebaut sind. Die könnten zum Beispiel mit solchen Mikroschreifenleitungen nebeneinander aufgebaut sein. Und mit dem einen, mit dem ersten messe ich jetzt irgendwie, kann ja um Faktor geändert sein, weil ich hier nur die Verhältnisse bestimme, spielt es keine Rolle. Hier messe ich A1 mit dem nächsten B1, mit dem B, dann B2 und dann 0. Und das Wichtige ist eben, das sind hier auch Richtkoppler. Das heißt also, es wird auch nur die Leistung, ich greife es mal für B2 raus, nur die Leistung hier in den Zweig, in den Messzweig geleitet, die auch in diese Richtung hier wanderte. Also der koppelt nur in die Richtung. Und das andere, was jetzt hier beispielsweise von dem A1 kam, das würde in diesen Widerstand hier gehen und dann da einfach nur zur Hitze werden, also verraucht werden. Also ich kann auch mit so einem Koppler genau die Richtungen der Wellen voneinander wunderbar trennen. Muss ich nur richtig aufbauen. Und das konnte man auch schon lange, also auch in den 50er Jahren oder sowas. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das kann man mit Gleichspann- und niederfrequenten Signalen nicht so gut und nicht so einfach machen, Richtungen trennen. Aber mit HF-Signalen kann man das sehr gut machen. Und damit ist das eigentlich ein idealer Aufbau dafür. Und die Voraussetzung, die ich immer hatte für meine verschiedenen Parameter, war ja reflektionsfreier Abschluss. Das ist das, wofür hier gesorgt ist. So, und wenn ich die andere Richtung messen will, dann pole ich es einfach um. Das kann ich auch mit Schaltern intern machen. Pole ich es einfach um, messe das ganze Ding in die andere Richtung. und gut ist. Gut, die Symmetriebedingungen brauchen wir nicht unbedingt. Da muss ich schnell drüber gehen. Das Verhältnis zur Leistung ist vielleicht an der Stelle noch wichtig. Ich habe es ja eben an den Einheiten schon klar gemacht, dass das Quadrat, zumindest der Einheiten, von A oder B Watt ist, also Leistung ist. Und damit kann ich irgendwie sagen, das, was an Leistung irgendwie transportiert wird, ist natürlich das, was einmal hinläuft, minus das, was zurückkommt. Einfach quadrieren, Betragsquadrat bilden. Und die Differenz davon ist eben das, was reingeht. Und die Leistung in der hinlaufenden Welle ist selbstredend das A Betragsquadrat und die Leistung in der rücklaufenden Welle ist das B Betragsquadrat. Also dieses Verhältnis, davon auf Leistung zu kommen, ist halt extrem einfach. Und das ist das Schöne an den Dingern. Ja gut, das kann man jetzt auch noch umrechnen in Matrizen zu Spannung und Strom. Und dann kriegen Sie, ich möchte nicht, oder das wird natürlich nicht gefragt werden, in irgendwelchen Klausuren oder auch sonst wo, aber das ist eigentlich der Beweis, dass wenn die Matrizen nicht unbedingt explodieren, man eben das umrechnen kann in die Impedanzmatrix, also Streuparametermatrix, in die Impedanzmatrix. Da kommen dann solche Gleichungen bei raus. Ja, ist schön, die kann man sich irgendwo hinschreiben. Und dann ist das gut. Sie können sich vorstellen, das geht dann in die Hose, wenn hier unten der Nenner Null wird, weil dann kann man eben die Werte nicht mehr ausrechnen. Und umgekehrt geht es natürlich auch. Okay, so, und das ermöglicht uns auch ein ganz wunderbares Tool, nämlich die Signalflussgraphen. Das machen wir aber, wenn meine unerträgliche Spannung hier gelöst ist. Ähm. Ähm. Okay. Sure.